Hier präsentieren wir die 5 besten Elektrogrills Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Seewern PG 2790 Barbekelgrill. Der Elektrogrill von Seewern PG 2790 ist ein Barbekel-Elektro-Tischgrill. Die Grillfläche misst 41 bis 26 cm, besteht aus einem verkromten Grillrost. Dieser ist zweifach höhenverstellbar, so dass Sie den Grillabstand an das Grillgut anpassen können. Zur einfachen Reinigung ist der Grillrost abnehmbar, ebenso das Heizelement. In den Grill ist eine Grillwanne integriert, in der die Flüssigkeiten aus dem Grillgut ablaufen und die vor dem Grillen mit Wasser befüllt wird. Dadurch ist die Rauch- und Geruchsentwicklung reduziert. Nummer 4. Tefal TG 8000 BB Q-Familie Elektrogrill Dieser Elektrogrill von Tefal ist der teuerste Elektrogrill in unserem Vergleich. Auch dieser Grill hat, wie der von WMF, zwei getrennt regulierbare Thermostate und Grillflächen, so können Sie unterschiedliche Gerichte auf den Platten zeitgleich zubereiten. Oder auf der einen Platte halten Sie das fertige Grillgut warm, während Sie auf der anderen Grillplatte noch die letzten Grillaktivitäten machen. Mit 2400 Watt ist der Tefal Elektrogrill sehr leistungsstark. Die Thermostate können zwischen 80 und 240 Grad reguliert werden und das stufenlos. Die gleichmäßige Wärmeverteilung ist durch die massiven Alu-Druckguss-Grillplatten gewährleistet. Die Grillplatten sind abnehmbar und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Auch der Windschutz-Schrägstrich-Spritzschutz ist abnehmbar und darf in die Spülmaschine. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3 Sonntag elektrischer Standgrill BBQ 9479 Der Sonntag Standgrill für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht auf den ersten Blick einen stabilen Eindruck. Dabei ist der Standfuß mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen, dass der Grill entsprechend einen guten Stand hat. Das Modell von Sonntag ist auch als Elektrogrill mit Rollen erhältlich. Die Füße sind abnehmbar, so dass Sie den Sonntag-Grill als Tischgrill im Innenbereich verwenden können. Nummer 2 Ebenfalls im mittleren Preissegment ist der Seewen PEGI 2791 Barbecue Elektrogrill zu finden. Mit einer Wattzahl von 2500 Watt ist der Grill sehr leistungsstark. Wie alle Elektrogrills und Standgrills von Seewen hat dieser ebenfalls einen verkromten Grillrost, der zur Reinigung abgenommen und an die Spülmaschine gestellt werden kann. Und auch er hier hat die Grillbanne, die vor dem Grillen mit Wasser befüllt wird, um die Rauch- und Geruchsentwicklung zu verringern. Und die Nummer 1 unserer Liste Seewen PG 1511 Barbecue Grill Der Tischgrill von Seewen ist sowohl drinnen als auch draußen einsetzbar. Durch die mit Wasser gefüllte Grillwanne ist die Geruchs- und Rauchentwicklung des Elektrogrills sehr gering, was sich positiv auf seine Verwendungsmöglichkeiten auswirkt. Die Masse der Grillfläche des Elektrogrills von Seewen ist 37 bis 23 cm groß, eignet sich zum Grillen von Fleisch und Wurst. Der Grillrost ist verkrommt, kann zum Reinigen abgenommen werden, ebenso das Heizelement des Elektrogrills. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.